Auf der Luft, das ist euer Applaus. Wenn du einen ziehst, haben sie gesagt, drück einfach ab, drück einfach ab! Ein guter Soldat hat keine Angst, niemals! Töten oder gedötet werden, so ist das nun mal im Krieg! Tut mir das! Oder ich schieße euch! Nein, nicht, aber wir sind doch auf der selben Seite! Ich habe sie gar nicht. Was mache ich hier? Wir wurden in die Kriege schießt. Und zu töten? Kämpfe in dein Vaterland, haben sie gesagt. Aber ich will das nicht! Und ich kann es auch! Wenn doch alle für den Krieg bezahlen müssen! Ja! Alle! Kommt! Lasst uns abkommen von hier! Genau! Die ganze Scheiße endlich hinter uns lassen und ein neues Leben beginnen! Dort, wo Frieden herrscht! Kommt! 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 Wo sind wir hier? Gute Frage, aber... Hey, davon ist doch jemand! Ausritte raus! Was soll das? Wir nehmen keine Fremden mehr! Wir haben doch nichts falsch gemacht! Nein, schau da! Aber schau da! Schau da! Ich glaube, er hat Angst vor uns. Angst vor den Umwegmann. Versuchen wir es beim nächsten Mal. Halt! Was wollt ihr? Wir suchen eine bessere Zukunft in Frieden. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, aber... Wir sind bereit, um zu helfen und würden alles tun, was ihr für uns allein habt. Ja, 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 das sagen sie alle. Aber gut, ich will euch trotzdem helfen. Ich zeige euch den Weg in ein Land, wo euch Frieden und Wohlstand sicher ist. Also, jetzt nur zwei Kilometer in diese Richtung. Da müsst ihr den Bus einschalten. Nach ungefähr fünf Stunden Fahrt treibt ihr in den Zug. Dort treibt ihr noch ungefähr drei Stunden. Dann kommt ihr in die Ehe, das könnt ihr euch einfach sagt. Das müsst ihr dann von ungefähr einem zehn Stunden Marsch im Land ergänzen. Dann ist gar nichts Zeit. Bevor ihr mit dem Regen zu sperren geht, müsst ihr noch einen Fußverkehr. Am besten macht ihr das mit einem Boot. Ihr folgt uns mal auf dem Vergleich von mehr. Und wenn ihr dann zum Regenprogramm kommt, müsst ihr noch einen Regenprogramm fragen. Wenn ein Untertitel da ist, dann geht ihr drüber. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, so, und jetzt geht's. Geht, hoch, hoch, hoch. Ja, hoch, hoch. Geht schon, geht schon. Wir sind da. Genau wie er es uns gesagt hat. Hoffentlich gehen wir Menschen uns diesmal auf. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Salo Verweichung, meine Freunde. Kommt doch hier. Da vorne gibt es Essen, Trinken und einen Schlappplatz für euch. Was? Und der Sprachkotz fängt gleich an. Machst du einfach. Ich glaube nicht, dass das sein will. Wenn ihr es euch hierhert, lasst euch da durch. Ihr wisst ja, das Recht beginnt. Aber ich bin hier doch gar keine Ahnung. So, der Sprachkotz begann. Der Sprachkotz begann. Herzlich willkommen zum Sprachkotz berabisch. Fangen wir mit einem einfachen Wort an. Ihr müsst euch einfach nur nachstecken. Hallo, auf Arabisch heißt. Salam Aleikum warahmduleibabarakatuhu. Salam Aleikum warahmduleibabarakatuhu. Nein, 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 nein. Salam Aleikum warahmduleibabarakatuhu. Salam Aleikum warahmduleibabarakatuhu. Nein, 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 nein. Ich muss das ganz anders bedonen. Warahmduleibabarakatuhu. 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 Spricht einfach nach. Hallo, auf Arabisch. Salam Aleikum warahmduleibabarakatuhu. Hallo, auf Arabisch. Hallo, auf Arabisch. Nein, 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 nein. Ich hab das nicht. Wenn der bei uns wohne und wenn wir uns, dann möchte ich den das zu stehen und lernen. Ich habe keine Lust mehr. 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 Aber das Haber feist sich schon aus, also heute nur Couscous. Couscous? 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 Ja, Couscous. Bitte. Guten Appetit. Viel Spaß. Na ja, eigentlich habe ich sowieso keinen großen Hunger. Gehen wir schlafen? Was, wir schlafen auf dem Boden? Wie es aussieht, ja. Aber egal. Aber zwei anstrengenden Tag heute. Aber wir sind ja gar keine Muslime. Wir wollen nichts mit einem Glauben zu tun haben. Was? Ihr könnt doch nicht einfach in deiner Ton o'lassen, was ihr wollt. Bei uns, bin ich dir an uns anpassen. Aber wir RechteAG alle anderen, wir können doch nicht einfach unsere Kultur aufgeben, nur weil wir jetzt hier sind. Entweder nicht warende Kultur, oder gibt's gleich wieder der nói. Aber damals, 2016, da haben wir euch auch aufgenommen. Tausende von euch sind in unser Land gekommen. Ja, 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 das stimmt. Aber es war ein Vormkomme des Graus. Aber ihr könnt auch nicht zurück in den Knie. Wir können nicht zurück in den Knie. Doch, doch, doch. Das Geld verschwindet von hier. Verschwindet. Sofort. Das kann doch nie funktionieren. Sie hätten doch genug Nötigkeiten gehabt. Aber jetzt sind sie in einem anderen Land. Dort geht es ihnen sicher auch gut. Vielleicht, vielleicht hätte ich mehr Verständnis sagen sollen. Oder, oder Mitgefühl. Ich hätte mich, hätte mich in ihrer Lage versetzen sollen. Aber, aber jetzt, jetzt ist es zu spät. Vielen Dank.